Fangen wir an. Wir haben zuerst mal eine schöne Achse. Ja, das ist ein Top-Modell hier. Ja. Man sieht ein robuster Griff aus Duroplast. Ja. Selbst gebaut. Zeigen Sie mal die Schneide her. Die Schneide, die ist schön. Warnen Sie, ich mache sie ein bisschen sauber. Man sehe präzise geschliffen. Oh, das ist eine Handwerkskunst. Das ist eine Handwerkskunst, die es heute nicht mehr so gibt. So, zeigen Sie uns mal, wie sie so drauf belzen. So, wir belzen mal ein Stück ab hier von dem hier. Von dem Wolli, von dem Dickfützchen hier. So, Achtung. So, machen Sie nochmal einen. Er setzt jeden Spalter. Einschlag. Das war ein Fehlversuch jetzt. Man hört schon am Ton, wie die durchgeht. Oh. So, ich bin ein Fehlversuch. So, ich bin ein Fehlversuch. So, ich bin ein Fehlversuch. Untertitelung des ZDF, 2020